Hallo Leute, seht ihr das? Es ist nicht nur der Metroid, der einschlägt, das ist ein Alien-Abwehr, dass der nicht auf den Mond knallt. Vielleicht ist das sogar ein UFO, der angeschossen wird von einem anderes Objekt. Schaut euch das genau an. Ich mach das jetzt mal später mal langsamer, in Zeitlupe. Ich weiß nicht, warum die es nicht erkennen, da steht drauf, Asteroid schlägt ein, von der Nase gefilmt. Aber für mich tut das wieder nicht sagen, dass es noch ein anderes Objekt war. Okay, das wollte ich euch mal zeigen. Ich hab die Nase gefilmtet. Ich hab die Nase gefilmtet. Ich hab die Nase gefilmt.